Ja moin moin, da sind wir wieder. Ich bin zwar Maxis, mit mir dabei wie immer der Vardhau. Richtig. Vadi im Angriff. E25 und die SU122-44. Jo, was soll ich sagen? Wir sind wieder verzweifelt. Ein wenig. Ach, gar nichts mehr. Rados war gar nicht. Es ist der erste Tag... Oh, schon die Ketten kaputt, so über den Hügel gesprungen. Ja, es ist der erste Tag des neuen Patches. 8.11. Und irgendwie... Jo, läuft das noch nicht so, wie wir das gewohnt sind. Sagen wir so, die Idioten sind los. Jo, kann man auch sagen. Wir haben sie alle rausgelassen. Uns zu ärgern. Ich spiel aber auch eine Scheiße hier zusammen. Dazu kommt auch, dass der Mod fehlt, ja. Ja, unser Mod fehlt, das möchte ich mal schnell sagen. Der ging nicht durch. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Was schießt du da eigentlich? Ich brauche nichts. Weiß ich nicht. Tiger 1. Da sind ganz viele Tiger 1, die rumfahren. Erste Erinnerung. Hammens, 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 Hammens. Was? Was? Was will das? Ja, kommt hervor, ey. Die haben da hinten vier Heavys, die da hinten rumeiern. Na dann, Prost Mahlzeit. Dann kommt ihr hier nie zur Cap. Na ja. Sag mal nix, du. Hallo, ich steh hier, mitten im Weg. Voll aufmunitioniert. Voll motiviert. Ja, das ist voll gelogen. Also, ich glaube, dich planieren sie. Dann haben wir eine Spawn Maxis, fahr mal vor. Ja, ich habe auch den richtigen Panzer dafür. Max selber, oder was? Lecker. Aber es steht ja 1-0 und wir müssen nichts tun. Oh, 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 oh. Da komm ich ran. Oh, 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 da hinten, da hinten, da hinten der T-Shirt, T-Shirt. Oh, ich simmel vorbei, du lag mich. Ich schieß zu früh. Aber er kommt nochmal. Ist er gekettelt. Ach, Mann, du bist... Ach du, jetzt kommt die IS seit T-29? Mhm. Wir wollen da alle um die Ecke. Joa, das sollen sie mal machen. Ich bin bereit. Oh, die Arti. Hat mich auf den Klick, ja, glaube ich. Ich hat noch keiner gesehen. Hm? Ich hat noch keiner gesehen. Ja, Manners, also... Sechs Minuten. Ihr müsst schon... ...was machen. Oh, wir können die Zeit auch runterlaufen lassen. Ist auch kein Problem. Hm. Joa. Was soll ich sagen? Also ich würde jetzt... Tendenz wie Gewinn. Ja. Hier ist hinten haut ab. Tietenschwanz rein. Joa. Ey, ich hab kein Bock mehr hier. Also... Fällt keiner vor. Dann... Fahre ich... Lieber einmal um Pudding. Und fahre auf der anderen Seite. In den Angriff. Quasi. Oh, oh, oh. Joa. Gut, auch weg. Was ist hier Kirschen pflücken heute? Äh... Ich weiß nicht. Die wissen schon, dass sie angreifen, ne? Oder? Äh... Ich glaub nicht. Zumindest nicht die T29, die hinter Berg da rumkämmen. Ich weiß gar nicht, was die machen. Und der KV. So. Oder brechen die jetzt rechts durch? Nö. Nö. Also gut, das sind nicht so viele, ne? Ja. Also hier links ist kein Durchkommen. Vielleicht sollten wir uns mal auf rechts konzentrieren? Nö. Wieso hier ist Pflücken? Jaaa. Da kommt jetzt ein Tiger, der fett ist im Mittel, da kann ich gleich einschießen. Und steh mal... Also ich... Fuck. Du bist ja nochmal ganz woanders. Ich bin ja... Ich bin ja ganz vorne an der Front gewesen. Der ist gekettet. Kommt eh nicht ran, ne? Nee, ich kann im Moment nicht schießen. Ich wechsle meine Position. Und jetzt wo ich wegfahre ist natürlich... Oh, ich bin ja... Jaaa... Jetzt bin ich weggefahren. Ich guck mal so ein bisschen hier auf der Seite. Rechts. Rechte Flanke. Aber die sind hier... Komm mal mit rüber bitte hier. Nee, 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 nee. Doch. Ich schieße hier gerade. Oh, jetzt haben sie mich verletzt. Ja, aber links sind so viele. Wir haben nur noch... Hallo, guck dir das mal an. Zwei Panzer hier. Die sind aber fast kaputt. Und jetzt komm ich noch dazu. Willst du denn überhaupt warten? Ja, also ich kann ja nicht spotten fahren. Dann bin ich gleich weg. Aber ich nehme immer an, dass hier was ist. Die sind alle hier. Die sind alle hier. Wette ich mit dir. Und wenn die... Dann kann ich immer noch kommen. Der hat so schön zum pflücken. Oh, ich komm. Ja, geil. Ich bin gleich weg. Es gibt nicht mehr die Schuld. Alter, ich bin... Ja, geil. Weil ich nur kurz spotten war. Du spinnst doch mit deinem Spotten. Und... Sag mal so, das Ding ist gewohnt. Oh, er brennt. Ja, ich steh hier. Wenn er rumfährt, ist er weg. Ne, fahr nicht hin. Auch schön locken. Ja. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Hilf mir! Oh, geil. Danke. Ja, ich kann ja nur nicht schneller schieben, als ich da war. Oh, Mann, ey. Kamera auf die SU, bitte. Ich kann nicht mal so richtig rauszoomen ohne diesen Mod. Oh, bitte Wargaming, ne? So schön das Spiel auch ist, aber mach doch mal so ein paar grundsätzliche Dinge rein. Das ist ja ohne Mod kaum zu ertragen. Wirklich wahr. Das mag ja für 90% der Spieler reichen. Mit uns nicht. Aber nicht mit uns. Die meisten sind ja auch echt Gelegenheitszocker, ne? Irgendwelche... Weiß nicht. Ist halt umsonst. Dann spiel ich mal ein bisschen Panzer und dann dabei guck ich noch schön auf und davon. Und dann war's satt. Ichulous! ... Komm' in's Blinde! Boah... Ah... Boah, Glückssau. 6,9. Das macht den ja so gefährlich. Dann macht er den Schaden wie der KV-1S, hat aber die Hälfte der Nachladezeit. Jo, dann muss ich mir den auch mal kaufen. Ne, ich kauf mir ja keine mehr. So Männer, noch 50 Sekunden, ich sag mal so. Also wenn sie jetzt mit 6, na gut 5 sind es nur noch, und die Arty, durchbrechen, selbst dann wird es nichts. Dann wird das auch nichts mehr. Komet, kabam. So? Ja, lass ihn doch reinfahren, lass ihn doch zumindest den Hoffnung, den Funk Hoffnung. Einen Tiger will ich noch haben, wie sie sagt. Na, den holt sie jetzt. Der sieht ich nicht, ne? Bam, tschüss. Nein! Denn den anderen Tiger da. Oh, nicht mehr sterben jetzt noch. Oh. 10,13. So'n Dreck! Oh Gott. Wann man zu viel will, ne? Ja. 43.000, warum? Boah, ich hab Meisterschütze gekriegt. Ne, Panzerass. Komisch. Wieso gab's denn viel? Panzerbrecher, irgendwas noch? Und Großkaliber! Äh, scheiße. Beursachen sie ein Gefecht den meisten Schaden. Team-Auswertung, das möchte der Kratos jetzt mal sehen. Boah, fast 5.000 Schaden hast du gemacht. Hohoho! Großkaliber, ist das neu? Ich war aber auch ganz gut, sag mal. Jo. Ähm, ist Großkaliber neu, oder was? Weiß ich nicht. Ich hab 112.000 Credits gekriegt. Gab's nen Auftrag? Äh... Alter, Verwalder! Allein schon. Kratos, äh, ging mal ab, du. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Das hört nicht so oft. So, also in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis den... Bis den... Auf Wiedersehen, tschüss! Bis zum nächsten Mal.